Servus Leute, hier ist der Giganti und ich begrüße euch zum heutigen Video. Im heutigen Video möchte ich mir mit euch mal das World of Warcraft Feuerwerk zum Jahreswechsel anschauen und los geht's nach dem Intro. Ja, das Feuerwerk findet immer in Orgrimma und in Sturmen statt und zwar zu jeder vollen Stunde ab 18 Uhr am 31.12. und geht dann immer bis 6 Uhr am 01.01. des nächsten Jahres. Wie gesagt, zu jeder vollen Stunde, ich hab's einmal für euch aufgenommen und möchte euch das ganze Spektakel jetzt hier einmal vorführen. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt mal mit dem Feuerwerk. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, dann lasst mir gerne ein Abo da, dann lasst mir gerne ein Abo da aufbelag along. Parag Base on wir gå näher bis sticks, dann lasst mir gerne ein Abo da da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020